Was geht, was geht, was geht, was geht da mit meinen neuen Shop-Videos? Wie der Bischof für euch geht's gut? Ja, Freunde, mir geht's auch gut. Ich habe jedenfalls vergessen, mein Mikro mit anzumachen. Ist aber egal, warum. Wir sollen das erst mal machen. Was ist noch in den Shop haben? Ja, Pizzenkarten. Schaut doch mal unten in die Kommentare rein. Und vielleicht sogar auch mal zu meinen sozialen Medien. Folgt mir mal bitte auf Twitter, Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok oder so. Aber wir schauen uns mal an, was sie hier haben. Wir haben abfeuern. Wenn man sich selber abfeuert, einfach mal schnipsen. Easy, dann haben wir Blee-Bounce. Das ist der Kuss, der immer lieber in diesem Shop von heute. Ja, Freunde, das ist eigentlich nur sehr geil. Dann haben wir Tampagat. Dann haben wir hier Eis-Sachen und eine Pizza-Sache. Jetzt im Winter oder im Herbst hat man ja keinen Bakt da drauf. Eis zu essen, da passt eher das Pizza-Zeug dran zusammen. Dann haben wir hier den männlichen Skin von dem Sniper-Skin. Dann haben wir hier Blee-Li oder Blee-Li oder wie man das auch spricht. Dann haben wir dieses Kind mal wieder an den Shop. Ja. Mit seinem Zweitstil. Auch. Was jetzt nicht zu feiern, dann haben wir hier die Gauss-Schlägerhacke. Wer dieses Spitz hat, ist, muss ein Schwitzer. Denn es sehen nur Leute, die rumschwitzen. Die keinen Bock auf ihr Leben haben, nur um rumzuschwitzen. Mit Diener hier drin. Sieht fast so aus, wie die das gehen, den ich euch jetzt mal zeige. Wo ist die? Wo ist die? Da. Sieht fast genauso aus. Könnte auch so eine Gauss-Lägerhacke sein. Ähm. Ja. Dann haben wir immer noch die hier. Recon-Expert. War mal selten, aber ist mal wieder nach einem Tag zurück. Ja, Freunde. Falls ich den Shop von gestern verpasst hat. Da kam man das erste Mal wieder rein. Nach 135 Tagen oder so. Dann haben wir zu viel. Hm? Warum ist die denn drin? Hä? Mit der Spitze. Ich seh dich genau. Ich seh dich noch. Dann haben wir dich. Und hier. Ja. John Rick. Den zeige ich euch auch mal. Den Stils, die ich habe. Weil ich hab schon Rick. Warte. Hier zeige ich es euch. Einmal hier mit Löscher. Und einmal stinknormal. Dann hat er noch ein Rücken. Das war zwei Sachen. Und zwar einmal die Tasche hier. Und einmal die goldene Münze. Und einmal die goldene Münze. Vielleicht heißt es auch, dass ein neuer alter, 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 gute LTM reinkommt. Und wer weiß. Dann würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Ich bin Level 115. Welches Level seid ihr? Schreibt mir gerne mal unten in den Kommentaren. Und dann. Ich möchte mal wieder Kommentare lesen. Ja dann da unten. Moin. Hallo. Zickzack. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem heutigen alten Shop. In die Kommentare rein. Damit ich mal was zu lesen habe. Wie findet ihr den Shop? Findet ihr den eher schlecht? Oder würdet ihr sagen. Ihr findet den gut? Leider hat YouTube die Funktion Abstimmung rausgenommen. Sonst hätte ich jetzt hier eine Abstimmung reingemacht. Und dann steht. Wie findet ihr den Shop? Gut oder schlecht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Ja. Und dann würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Ähm. Wie gesagt. Hier den Sound. Habe ich gerne euch zu zeigen. Habe ich noch was vergessen? Nee. Dann hätte ich gesagt. Danke fürs Zusehen. Crater Cotsiki. Müsst ihr unbedingt einen tragen. Denn. Seiner Frau geht es gerade mal gut. Und wir wollen ja. Dass es ihm gut geht. Also wenn ihr Crater Cotsiki einträgt. Weißt was dann passiert? Nee. Ich wisse es nicht. Sagt ihr mir mal zu. Und zwar wenn ihr den Eintritt. Witziges Frau wieder gesund. Und immer Ziki auch wieder glücklicher. Also. Zur Protokolle kommt Ziki nicht mehr gerne. Tschüss. Philippi Küski. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020